Sie waren das Traumpaar der vierten Staffel Bauer sucht Frau International. Doch sind die Blondine und der Landwirt aus dem Elsass auch heute noch glücklich miteinander? In der vierten Staffel der Kuppelshow Bauer sucht Frau International suchte Ackerbauer Justin aus dem Elsass als Kandidat vor den laufenden Kameras des Senders RTL – Seine große Liebe – und fand sie in Hofdame Steffi aus Österreich. In Windeseile knisterte es zwischen den beiden und nach der gemeinsamen Hofwache stand fest, Steffi und Justin wollen ihre Zukunft miteinander verbringen. Steffi packte ihr Hab und Gut zusammen und brach ihre Zelte in Österreich ab, um zu ihrem Bauern auf den Hof im Elsass zu ziehen. In der letzten Folge der vierte Staffel Bauer sucht Frau International erklärte sie gegenüber Moderatorin Inka Bause. Natürlich habe ich mein Leben in Österreich aufgegeben. Das ganze Leben verändert sich für mich. Aber es fühlt sich so richtig an. Ich will einfach in Zukunft glücklich sein und einen Partner an meiner Seite haben, mit dem man gemeinsam durchs Leben geht. Im Juli 2023 verkündete das Bauer sucht Frau International Traumpa Steffi und Justin dann, dass sie Eltern geworden sind. Mit einem zuckersüßen Posting hieß das Paar ihr kleines Wunder auf dieser Welt willkommen. Steffi schrieb zu einer Bildercollage ihrer Tochter, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Willkommen auf der Welt, kleine Fabienne. Im Juni zuvor hatten sich Steffi und Justin romantisch das Ja-Wort gegeben. Steffi schwärmte bei Instagram von diesem berührenden Tag. Schöner hätte dieser Tag für uns nicht sein können. Doch wie steht es heute um das Glück der beiden, die bei den Dreharbeiten zu Bauer sucht Frau International doch so verliebt wirkten und mittlerweile Eltern einer kleinen Tochter sind? Tatsächlich vermuteten Fans und Follower schon längere Zeit, dass sich die beiden getrennt haben könnten. Auf dem Profil von Steffi sind mittlerweile alle gemeinsamen Bilder mit Justin gelöscht worden. Und auch unter den noch vorhandenen Bildern kommentierten bereits einige besorgte Fans. Warum haben Justin und du sich getrennt, will einer von ihnen wissen. Fragen, die bisher leider unbeantwortet blieben. Ob Justin und Steffi auch heute noch ein Paar sind, ist nicht bekannt. Das Instagram-Profil von Steffi deutet allerdings darauf hin, dass die Liebe der beiden nicht für die Ewigkeit bestimmt war. Das Instagram-Profil von Steffi ist nicht bekannt.